So, und jetzt Camino, Jakobsweg. Leben, Freude und vor allen Dingen, ja, keine Kommentare mehr zu OCG. Wenn dann vielleicht über tatsächlich etwas, von dem ich denke, es lohnt sich zu teilen, denn es ist ja nicht irgendein Weg, wenn man diesen Jakobsweg geht mit offenem Herzen, dann passieren da auch oft genau die richtigen Dinge zur richtigen Zeit. Ja, also wie gesagt, das war es mit Kommentaren zur OCG und jetzt ist der Camino dran, ich freue mich. Und wenn ich diese ganzen Sachen bezüglich Aufklärung und, ja, politischer Zusammenhänge und so weiter, wenn ich das tatsächlich besser erfasst habe und es tatsächlich, ja, so weit begreifen konnte, dass ich hier einfach frei mal dazu erzählen kann, dann werde ich auch gerne mal darüber berichten, ja, zumindest eine Essenz, von der ich glaube, dass sie vielleicht auch gerade für den einen oder anderen interessant sein könnte. Okay.